Die Zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzverslung Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Du Vater und Mutter, die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiel nicht, was dem anderen seien. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Lesung der sechsten im neuen Buch, das ich angefangen habe, hier euch vorzustellen, von Martin Luther. Geschrieben 1545, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Auf dem Kanal von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Jetzt die folgende Lesung, die wir anfangen, auf Seite 34 in dem Buch. Und ich lese eben nochmal den letzten Satz des zweiten Absatzes, um uns in die richtige Stimmung zu bringen, weil, richtige Stimmung ist gut gesagt, weil das ist einer dieser Sätze, die so bezeichnet sind für dieses wundervolle Buch von Martin Luther. Denn wer so löget in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu führet, der macht den Teufel zum Gott und Gott zum Teufel, als Rede Gott des Teufels Lügen und verführet mich damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und die Lügen für Wahrheit halte. Mit solchen lästerlichen Abgöttereien unzählig hat der Papst die Welt erfüllt. O greife zu, Kaiser, König, Fürsten und Herren, und wer zugreifen kann, Gott gebe hie faulen Händen kein Glück. Und ernstlich nehme man dem Papst Rom, Roman Dioe, Urbin, Bononia und alles, was er hat, als ein Papst, denn er ist Possessor Pessime Fidei. Er hat mit Ligen und Trigen. Ja, dieses kleine Sprichwort, Gott gebe hie faulen Händen kein Glück. Im Englischen wird das erklärt, dass es genauso viel heißt, wie das englische Sprichwort, Gott helft denen, die sich selbst helfen können. Gott gebe faulen Händen kein Glück. Ach, was sage ich, Ligen und Trigen. Er hat es mit Gotteslästerung und Abgötterei dem Reich schändlich gestohlen, geraubt und ihm unterworfen und dafür zu Lohn in das ewige höllische Feuer unzählige Seelen durch seine Abgötterei verführt, wie er selbst rühmet, XLC Papa, das ist also dann wieder mal ein päpstliches Dekret, ein Zyklikal, nehme ich mal an, wo wir wieder mal natürlich im Deutschen hier keine Erklärung drüber finden, und Christusreich verstöret, daher er heißt ein Gräuel der Verstörung, wie wir lesen können in Matthäus 24. Danach soll man ihm selbst, dem Papst, Kardinal aus Matthäus 40, Vers 15 und was seine Abgötterei und päpstlicher Helligkeit gesindeln ist, nennen, und ihnen als Gotteslästerern die Zungen hinten zum Hals herausreißen und an den Galgen annageln, an der Riege her, wie sie ihr Siegel an den Bullen an der Riege herhangen. Wie wohl solch alles Geringe ist gegen ihre Gotteslästerung und Abgötterei. Danach ließe man sie ein Konzilium, oder wie viel sie wollten, halten am Galgen, oder in der Hölle unter allen Teufeln. Denn sie haben nicht unwissentlich noch aus Gebrechlichkeit das leidige Papsttum angefangen. Sie wussten sehr wohl, dass ihre Vorfahren St. Gregorius, Pelagius, Cornelius, Fabianus und vielmehr heilige Bischöfe der römischen Kirchen solche Gräuel nicht hatten geübt, wie droben gemeldet. Sie wussten wohl, dass St. Cyprianus, Augustinus, Hilarius, Martinus, Ambrosius, Hieronymus, Dionysius und vielmehr in aller Welt heilige Bischöfe nichts vom Papsttum gewusst hatten, auch nicht unter der römischen Kirchen gewesen. Sie wussten wohl, dass die vier hohen Konzilia, Nicenum, Konstantinopolitanum, Ephesinum, Chalcedonense und viele andere Konzilia solchen bäbstlichen Gräuel nie erkellet hatten. Nun, ich muss hier doch mal eben eine kleine Bemerkung zu geben zu dem, was Martin Luther hier sagt. Und das ist nicht in seinem Vorteil. Martin Luther spricht hier natürlich von all diesen vorherigen, entweder zwischen Anführungsstrichen, Kirchenvätern, die er hier aufgezählt hatte. Wozu also zum Beispiel zählt hier Cyprianus, Augustinus, Hilarius, Martinus, Ambrosius, Hieronymus, Dionysius und so weiter. Das sind sogenannte Kirchenväter, wobei man eben niemand seinen Vater nennen soll, außer dem, der im Himmel ist. Und auch die Vorgänger des Papstes Bonifatius III., also eigentlich die Bischöfe zu Rom, die aber natürlich in der Kirchenlegende als Papste geführt werden oder Päpste geführt werden, wie eben der heilige Gregorius, Pelagius, Cornelius, Fabianus und so weiter und so weiter. Und er sagt hier, dass sie solchen päpstlichen Gräuel nie anerkannt hätten. Da bin ich eben nicht mit einverstanden, weil auch diese ganzen eben genannten Personen, entweder die Bischöfe von Rom, die wir aufgezählt hatten, oder diese zwischen Anführungszeichen Väter der Kirchen, wie sie genannt werden, waren alle unrein in ihrer Lehre. Und mit unrein meine ich, dass sie sich nicht 100% an die Bibel gehalten hatten. Auch der Augustinus, der so oft zitiert wird, der heilige Augustin, der so viele Dinge gesagt hat, die richtig waren, war aber auch in seiner Lehre oftmals verkehrt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die ganzen Bischöfe zu Rom, die wir gerade eben aufgezählt hatten, alle erst in Dienst traten nach dem Konzil von Nicenia. Also wie er das hier nennt, wie das hier geschrieben ist, Nicenum. Das Konzil von Nicenia in 300, schlag mich tot, 25 war es glaube ich, das erste Konzil, nachdem also Konstantin das Christentum, so gesagt zur Staatsreligion im heidnischen Rom, erklärt hat. Das Konzil von Nicenum war das erste. Und da wurde schon die teuflische Lehre der Dreieinigkeit festgelegt. Die Trinitätslehre, das war damals schon. Und da sich alle Bischöfe später, Bischöfe von Rom, auf dieses Konzil von Nicenia, Nicenum, und auch das von Konstantin, das er hier nennt Konstantinopolitanum, oder von Ephesus, Ephesinum, oder von Calcedion, Calcedonense nennt, all diese anderen Konzile darauf aufbauen, auf dem Konzil von Nicenia. Und die Bischöfe von Rom alle einverstanden waren mit der Lehre, die von dem Konzil von Nicenia ausging. Und da gehe ich nicht mit einverstanden, weil das ist keine göttliche, das ist keine biblische Lehre. Das ist die Lehre der sogenannten damals orthodoxen Kirche. Aber die orthodoxe Kirche war von Anfang an eine von Heiden unterwanderte Kirche. Weil das Christentum wurde in dem Augenblick, als es von Konstantin, zwischen Anführungsstrichen, getauft wurde, also zur Staatsreligion im heidnischen Rom gemacht wurde, da war das Christentum nicht mehr das Christentum, was es vorher war. Und es gab vorher schon falsche Lehrer, wie zum Beispiel Origen und noch andere, die schon vorher gelebt hatten, die auch verkehrte Lehren gelernt hatten. Also der Abfall, von dem Paulus so oft gewarnt hat im Neuen Testament, der kam schon im ersten Jahrhundert in die Kirche. Wir dürfen einfach nicht glauben, dass das, was erst im vierten Jahrhundert durch Konstantin zur Staatsreligion in Rom ernannt wurde, damals noch die wirklich wahre, echte, eine reine, christliche, von Jesus Christus und seinen Aposteln gegründete Kirche war. In der Kirche war schon Abfall. Und das sieht Martin Luther hier eben nicht. Er spricht da anders von. Er sagt, die wären alle noch rechtens gewesen und der große Abfall kam dann im Grunde erst mit dem ersten Papst Bonifaz III., nachdem der Gregorius, wie gesagt, diese Aussprache gemacht hatte, dass derjenige, der sich universaler Bischof nennt, der Antichrist sein wird. Und das kam eben nach Fokas mit Bonifaz III. Hier irrt Luther. Aber das muss man ihm auch verzeihen, weil inwieweit hatte er Zugang zu der Information damals? Das ist eine andere Frage. Aber ich mache diesen Punkt nur, dass wir uns da bitte bewusst von sind, dass auch die Vorläufer des Bonifaz III., die Bischöfe von Rom, die er hier immer aufzählt, auch schon nicht biblisch waren. Ah, fährt Luther fort, was soll ich mehr sagen? Sie wussten es wohl und wissen es noch jetzt wohl, dass die ganze Christenheit in der Welt kein Häupt über sich hat. On allein den Heiland Jesum Christum, Gottes Sohn, welchen St. Paulus das Häupt nennt, seines Korpas. Welches ist die ganze Christenheit, wie wir lesen können in Epheser Kapitel 4 und mehr Örten, also auch an anderen Plätzen. Sie wissen noch heutiges Tages wohl, dass in ganz Orient, wo Christen sind, nicht unter dem Babst sind. Sie wissen wohl, dass sie kein Gotteswort für sich, sondern alles wider sich haben. Noch sind sie so frevelhürstige, unverschämte, verstockte Köpfe, dass sie wieder solch starke Zeugnis und Vermahnung ihres Gewissens aller Welt, ganzer Schrift, das leidige, lästerliche, abgöttische Papsttum mutwilliglich, wissentlich haben, angericht und halten noch immer fort darüber. Und verdammnen zugleich als Ketzer alle ihre Vorfahren vor Bonifazio, also Bonifaz dem Dritten, auch die ganzen Christenheit so über 600 Jahre vor dem Papst gewesen, samt allen heiligen Betern und Konzilien, auch alle Christen, so diese 1500 Jahre sind gewesen und noch sind in den Morgenländern. Denn wo das Papsttum ein Artikel des Glaubens ist und so ein hoher nötiger Artikel, wie der Papst in allen Dekretalen brüllt und aus Matthäus 16 gründen will, so ist's gewiss, dass St. Augustinus und Cyprianus ja alle Apostel mit der ganzen Christenheit in aller Welt über 1500 Jahre müssen Ketzer und ewig verdammt sein, auch Christus selbst, samt jenen, der sie durch seinen heiligen Geist solche Ketzerei gelehrt hat und niemand selig noch heilig worden ist um die bäbstliche Christen allein. Solch Urteil steht einem Papst wohl an und sollt nicht Papst sein, wo er nicht solch Urteil sprechen dürfte. Ja, wie gesagt, auch hier bin ich nicht mit einverstanden. Aber ich muss ja auch nicht mit jedem Wort, das Luther schreibt, einverstanden sein, oder? Ich kann ja sagen, wo ich eben in meiner Meinung von ihm mich distanziere oder eben differiere, wo wir Uneinigkeit haben mit dem, was er schreibt. Denn wo Papsttum ein Artikel des Glaubens ist und so ein hoher nötiger Artikel, wie der Papst in allen Dekretalen brüllet, so ist es gewiss, dass Sankt Augustinus und Cyprianus ja alle Apostel mit der ganzen Christenheit in aller Welt über 1500 Jahre Ketzer und ewig verdammt müssen sein. Also, wenn Luther hier, Sankt Augustinus und Cyprianus in einem Atemzug mit den Aposteln der Christenheit nennt, also den Aposteln, den vormaligen Jüngern Jesu Christi aus dem ersten Jahrhundert, dann kann ich als bibelgläubiger Christ da nicht mit einverstanden sein. Sankt Augustin und Cyprianus sind nicht auf einer Stufe mit den Aposteln und schon gar nicht, was die, zwischen Anführungsstrichen, Heiligkeit angeht. Abgesehen davon, heilig sind immer nur diejenigen, die leben und nicht die Toten. Das ist wieder ein anderer Punkt. Aber Sankt Augustinus und Cyprianus, die sogenannten Kirchenväter, stelle ich ganz sicher nicht auf dieselbe Stufe wie die Apostel von Jesus Christus in der Zeit, wie Luther das hier tut. Nun, im letzten Absatz auf Seite 35 fahren wir dann fort. Nur dieses juristischen Verstand wieder den Papst sei jetzt genug. Wollen sehen, wie die Wort Christi Matthäus 16 recht christlich zu verstehen sind und wie meisterlich sie der Papst zum Grund seines Papstum zu führen weiß. Das wird jetzt interessant natürlich. Aus einer Randbemerkung sagt er hier Johannes Kapitel 6 Vers 63 Da spricht der Herr. Mein Wort sind Geist und Leben. Demnach müssen diese Worte in Matthäus 16 auch Geist und Leben sein. Nämlich, wenn er spricht, ich will meine Kirchen auf diesen Fels bauen. Hier muss Bauen ein geistlich, lebendig Gebäude sein. Fels muss ein lebendiger geistlicher Fels sein. Kirche muss eine geistliche lebendige Versammlung sein. Ja, also lebendig, dass es, wie wir in Johannes lesen, als alles ewiglich lebt. Denn Fleisch ist kein Nutz, etc. Es stirbt und lebt nicht ewiglich. So ist nun der Fels allein, der Sohn Gottes, Jesu Christi. Und niemand anders, wie das die Schrift voll ist und wir Christen wohl wissen. Bauen oder gebauen werden, auf diesen Fels, kann nicht mit Gesetzen oder Werken zugehen. Denn Christus wird nicht mit Händen oder Werken ergriffen, sondern muss durch den Glauben und Wort zugehen. Also kann auch die Kirche nicht durch sich selbst oder Eigenwerk sich geistlich oder lebendig machen, sondern durch den Glauben wird sie gebaubet, auf diesen Fels und also geistlich und lebendig, wie lange sie auf dem Fels gebaubet bleibt. Das ist bis in Ewigkeit. Hieraus siehst du, das ist die Meinung Christi in diesem Spruch von Johannes 11, Vers 25 und fortfolgende. Eben die ist, da er sagt, ich bin das Leben und auferstehen. Wer an mich gläubt, wird nimmermehr sterben. Auch aus Johannes 8, Vers 51. Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen. Und Summa, dieser Text Matthäus 16 redet vom Glauben. Das wer da gläubet, der ist gebaut auf diesen Fels, wie man spricht. Wer Gott traut, hat wohl gebaut. Das merke wohl, sag ich, dass Christus Matthäus 16 vom Glauben und nicht von unseren Werken redet. Denn hieraus wird sich's finden, was der Papst für ein Frömmchen ist. Ich glaube, auch diesen Satz sollten wir nochmal eben wiederholen, weil oftmals verstecken sich in diesen kleinen Sätzen die Wahrheiten für das ganze Buch wichtig. Ja? Und Summa, also nach anderem Motto, wie wir heute sagen würden, Summa summarum, dieser Text von Matthäus 16, wir reden immer noch vom 18. Vers, redet vom Glauben. Das wird so oft verkehrt interpretiert in dieser Welt. Vor allen Dingen von den Pastoren und Priestern, die von der Kanzel predigen, wenn sie irgendwas predigen. Ja? Der Text von Matthäus, Kapitel 16, Vers 18, redet vom Glauben. Dass wer da glaubt, der ist gebaut auf diesen Felsen, und wie man spricht, wer Gott traut, hat wohl gebaut. Das merke wohl, sage ich, dass Christus, Matthäus 16, vom Glauben und nicht von unseren Werken redet. Denn hieraus wird sich's finden, was der Papst für ein Frömmchen ist. Habe ich jetzt also ein bisschen übersetzt ins Hochdeutsche, moderne Hochdeutsche, diesen Satz. Und wie Martin Luther hier richtig sagt, das merke wohl, dass Christus, Matthäus, vom Glauben nicht von unseren Werken redet. Ja, es heißt doch an anderer Stelle in der Bibel, durch den Glauben sind wir errettet und nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Wenn ich errettet werde aus meinen Werken, dann hätte die römisch-katholische Kirche ja tatsächlich recht. Dann hätte sie vielleicht recht mit all ihren Sakramenten. Hat sie aber nicht, weil in der Bibel ganz deutlich drinsteht, aus Glauben seid ihr errettet und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Deswegen wird man hier in Matthäus 16, Vers 18, wer da glaubet, der ist gebaut auf den Felsen. Wer Gott traut, hat wohl gebaut. Oder wie Luther es hier so schön im alten Deutsch sagt, wer Gott traut, der hat wohl gebarbet. Und so werde ich den das Video auch nennen. Heißt also, wer Gott traut, hat wohl gebaut. Wer auf Gott vertraut, hat auf Stein gebaut und nicht auf Sand. Also deutet es St. Petrus selbst, welch die Buben gern wollten zum Papst zu Rom machen, auch Christentum selbst wie Platina tut. St. Petrus war der erste Papst, behauptet der Papst. 1. Petrie 2 So ihr Geschmack habt, dass der Herr freundlich ist, zu welchen ihr kommen, 1. Petrie 2 Vers 3 und fortfolgende, seid als zu lebendigem Stein, der von den Menschen verworfen. Aber bei Gott ist auserwählet und köstlich. Und auch ihr als die lebendige Steine lasst euch barmen zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern geistliche Opfer, die Gotte angenehme sind durch Jesum Christum. Ende Zitat hier aus 1. Petrie 2 Und der Schlusssatz hier ist ja wohl ganz fürchterlich wichtig und zeigt ganz deutlich auf, dass die römisch-katholische Messe eine falsche Opferbringung ist. Hört nochmal zu. Was steht hier? Ich lese jetzt nicht aus der Bibel, ich lese aus dem Buch. Und zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer? Was ist denn die Messe, wo diese Hostie als Opfer dient? Ist das ein geistliches Opfer oder ist es ein physisches, ein wirkliches Opfer? Die Gotte angenehme sind durch Jesum Christum. Geistliche Opfer, die Gotte angenehm sind durch Jesum Christum. So steht es hier geschrieben. Jesus Christus hat gesagt, das Abendmahl sollen wir zelebrieren, das Brot sollen wir brechen und den Wein sollen wir trinken in seinem Gedächtnis. Das tut zu meinem Gedächtnis. Nicht, das tut als Opfer immer und immer und immer wieder, weil Christus bringt sein Opfer einmal. und hier lesen wir es noch mal ganz deutlich. Also das ist jetzt Luther, seine eigene Art und Weise, wie er 1 Petrus Vers 2 und 3 fortfolgende vorliest. Und auch ihr als die lebendige Steine lasst euch bauen zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gotte angenehm sind durch Jesum Christum. Geistliche Opfer. Gott will angebetet werden im Geiste und in Wahrheit und nicht durch irgendwelche Taten und durch irgendwelche Opfer, die gebracht werden müssen. Es ist ganz einfach. Man muss einfach nur das Wort von Gott halten und nichts hinzudichten. Luther fährt fort, dass aber solch Baven auf diesen Stein oder Fels Christum Glaube sei, beweiset bald danach St. Petrus durch den Propheten Isaiah 28 und spricht und da lesen wir in Jesaja 28 16 und 1 Petri 2 6 fort folgende drum steht in der Schrift siehe ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion wer an ihn gläubit der soll nicht zu Schanden werden euch nur dir gläubit ist er köstlich den Ungläubigen aber ist er ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernis die sich stoßen an dem Wort und gläuben nicht an den drauf sie gesetzt sind Ende Zitat So oft zeugt St. Petrus das Wort Glauben an das kein Zweifel sein kann das Barben auf diesen Stein sei nichts anders denn Gläuben an Jesum Christum Auch St. Paulus im Epheser Kapitel 2 Stimmet mit St. Petro und ich füge das Wort überein zu und für ein besseres Verständnis wie wir im zweiten Kapitel Epheser Vers 19 fortfolgende lesen und jetzt kommt nur das Zitat aus dem Buch ich lese nicht aus der Luther Bibel sondern lese das so wie es auf Seite 36 im Buch steht Auch St. Paulus in Epheser 2 Stimmet mit St. Petro Zitat So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen erbarvet auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchen der ganze Bar ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn auf welchen auch ihr erbarvet werdet zur Behausung Gottes im Geist Zitat Etc Und bevor wir hier weiter gehen nochmal eben eine ganz wichtige kleine Anmerkung von mir hierbei Hier wird also ein Tempel gebaut mit Steinen Bausteinen und diese Bausteine sind wir die gläubigen Christen Jeder Christ ist ein Stein Jeder gläubige Christ ist ein Baustein für dieses Haus Jeder gläubige Christ ist ein Teil des Körpers Jesu Christi und des Tempels der hiermit gebaut wird Ein Tempel ist in diesem Fall ein geistiges Gebäude wo wir als Christen jeder ein einzelner Stein jeder ein Teil dazu sind Und viele kleine Teile viele kleine Steine ergeben ein großes Haus in diesem Fall einen Tempel Und das ist der Tempel der eben auch gemeint ist wenn da steht dass der Antichrist sich in den Tempel setzt Da muss ich jetzt nochmal zurückkommen auf den zweiten Brief der Thessalonika Kapitel 2 Ich habe euch ja gesagt ich hoffe dass ihr es inzwischen mal gelesen habt 2. Thessalonika 2 ist ein furchtbar wichtiges Kapitel zum Verständnis Im zweiten Thessalonika Kapitel 2 Vers 4 lesen wir Der da ist ein widerwärtiger und sich überhebet über alles was Gott oder Gottesdienst heißt also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt vor er sei Gott Hier spricht Paulus vom Antichristen In welchen Tempel setzt er sich dann fragen die Leute immer ist das dieser neu gebaute Tempel in Israel oh das ist ja eben das Problem deswegen hat der Antichrist ja seine Agenda um in diesem Stück Dreck da in Palästina was sie seit 1948 das Land Israel nennen einen dritten Tempel zu bauen und da jemanden rein zu setzen und dann eben zu sagen der ist der Antichrist die ganze Welt hält danach Ausschau weil sie die Lüge glauben der nicht erfüllten Woche von Daniel 70. Wochen Prophezeiung wobei wir die wir meine Videos geschaut haben wissen dass die 70 Wochen Prophezeiung von Daniel Kapitel 9 komplett durch Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren erfüllt wurde und im zweiten Brief der Thessaloniker Kapitel 2 Vers 4 steht es hier der da ist ein widerwärtiger ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen das mache ich dann vielleicht ein anderes Mal dass wir es wirklich gut verstehen aber hier wird gesprochen über denjenigen der eben kommt wie wir auf zweiten Thessaloniker 2 Vers 7 dann legen dass der jetzt aufhält muss hinweg getan werden und als dann wird der boshaftige die offenbart werden dieser boshaftige ist der in Kapitel 2 Vers 4 der widerwärtige der sich überhebet über alles was Gott oder Gottesdienst heißt also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich vor er sei Gott so und welchen Tempel über welchen Tempel sprechen wir jetzt über den sogenannten dritten Tempel den sie da in diesem Stück Wüste da in Israel bauen wollen oder sprechen wir über den Tempel über den Martin Luther hier spricht wenn er schreibt wie es im Buch steht hier erbavet auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchen der ganze Bar ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn auf welchen auch ihr erbavet werdet zur Behausung Gottes im Geist wie wir aus dem 2. Epheser Vers 19 lesen wie hier im Buch geschrieben ist dieser ist der Tempel in den sich der Antichrist setzt er gibt nämlich vor dass er zum Körper der Kirche gehört hier auf dieser Erde genauso wie Judas Iskariot vorgegeben hat zu den Aposteln zu gehören und sich dahin geschlichen hat in den Körper Christi zu der Zeit das ist genau dasselbe deswegen ist ja auch der Sohn des Verderbens nur zweimal in der Bibel genannt einmal wo er als Judas Iskariot identifiziert wird und das andere Mal wo er als Antichrist identifiziert wird das ist so wichtig meine lieben Brüder und Schwestern dass wir das gut verstehen Epheser 2 19 und fortfolgende lesen so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Haus genossen Erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wechselt zu einem heiligen Tempel in dem Herrn auf welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist also Epheser Kapitel 2 Verse 19 bis 22 das ist das auf was Luther sich hier beruft was er auch gerade hier in anderen Worten eben wiedergegeben hat solchs alles fährt er fort ist mit Fleiß wohl zu merken damit wir verachten können das unflätige Nerngewäsche das die Bäbste führen in ihren Dekreten von ihrer römischen Kirchen das ist von ihrer Teufels Synagoga die sich selbst sondert von der gemeinen Christenheit und von dem geistlichen Gebäu so auf diesen Stein gebabert ist und errichtet er ertichtet ihr selbst ein fleischliche weltliche nichtige verlogene lästerliche abgöttische Öberkeit über den ganzen Christenheit denn der Zweier Eins muss wahr sein ist die römische Kirche nicht zugleich auf diesen Stein mit allen anderen Kirchen gebabert so ist sie des Teufels Kirche ist sie aber zugleich mit allen anderen Kirchen auf diesen Stein gebabert so kann sie nicht über die anderen Kirchen Herr oder Häupt sein denn Christus der Eckstein weiß nicht von zweierlei ungleichen Kirchen oder allein von einer Kirchen wie auch der Kinder Glaube das ist der ganzen Christenheit Glaube spricht ich glaube eine heilige christliche Kirche und spricht nicht ich glaube eine heilige römische Kirche denn die römische Kirche ist und soll ein Stück oder Glied der heiligen christlichen Kirchen nicht das Häupt welches allein Christo gebührt dem Eckstein wo nicht so ist sie so ist sie nicht eine christliche sondern eine unchristliche und wider christliche Kirche das ist eine päpstliche Bubenschule das ist einer der absolut wichtigsten Absätze in diesem ganzen Buch Ende Seite 36 Anfang Seite 37 das wir ganz sicher noch einmal lesen müssen und ich werde versuchen das hier und da mit ein bisschen moderneren hochdeutschen Wörtern deutlicher zu machen um was es hier im Grunde geht wir lesen hier nochmal den letzten Satz auf Seite 36 und da muss ich mal sehen wo fängt der Satz denn an das sind ja immer so lange Sätze und oftmals nur durch Komma miteinander getrennt das ist ja gar nicht mal so leicht also im Grunde ist das hier der ganze letzte Absatz auch Sankt Paulus in Epheser 2 stimmt mit Sankt Petro so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn auf welchen auch ihr erbaut werdet zur Behausung Gottes im Geist etc also nochmal das Zitat von Epheser dann geht's weiter solches ist allein mit viel Fleiß wohl zu merken damit wir verachten können das unflätige Nerngewäsche also das nerrische Geplapper das die Päpste führen in ihren Dekreten von ihrer römischen Kirche das ist von ihrer teuflischen Synagoge sagt Luther hier die sich selbst sondert also absondert von der gemeinen Christenheit und von dem geistlichen Gebäude also die römische Kirche ist die jene die die teuflische Synagoge ist und die sich absondert von der gemeinen Christenheit also der normalen Christenheit und von dem geistlichen Gebäude das wir gerade in Epheser 2 besprochen haben weil sie eben ihre eigenen Lehren folgt und nicht die Lehren der Bibel also sondert von der gemeinen Christenheit und von dem geistlichen Gebäude so auf diesen Stein gebaut ist und errichtet sie ihr selbst eine fleischliche errichtet ihr selbst eine fleischliche weltliche nichtige verlogene lästerliche abgöttische Oberkeit über die ganzen über die ganze Christenheit also anstatt auf dieses geistige Haus zu bauen diesen geistigen Tempel dessen Backsteine sage ich jetzt mal wir alle wir gläubigen Christen sind und dieses Gebäude des Körpers Christi hier errichten wollen diesen Tempel errichten wollen sagt die römisch-katholische Kirche sie errichtet ihre eigene fleischliche weltliche nichtige verlogene lästerliche und abgöttische Oberkeit über die ganze Christenheit denn der zweier eins muss wahr sein also von diesen beiden kann nur eines wahr sein genauso ist es es gibt immer eine Wahrheit und es gibt die Gegen Wahrheit die Lüge aber von beiden Dingen kann immer nur eines wahr sein eins ist die Wahrheit und eins ist die Lüge denn der zweier eins muss wahr sein sagt Luther hört gut zu ist ist die römische Kirche nicht zugleich auf diesen Stein mit allen anderen Kirchen gebaut so ist sie das Teufels Kirche ist sie aber zugleich mit allen anderen Kirchen auf diesen Stein gebaut kann sie nicht über die anderen Kirchen Herr oder Haupt sein warum nicht weil wir nur ein Haupt kennen und das ist Jesus Christus der Papst aber behauptet dass er und seine Kirche die einzig wahre und überherrschende über alle anderen Kirchen ist aber die Bibel lehrt dass alle gleich sind und Jesus ist das Haupt dann sagt der Papst eben ich bin Jesus der Papst behauptet von sich selber er wäre Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch das ist die Falschlehre ich hoffe dass so viele Katholiken sich die Mühe machen dieses Video zu schauen diese Lehre zu hören dieses Buch von Martin Luther zu lesen er sagt denn der Zweier Eins muss wahr sein ist die römische Kirche nicht zugleich auf diesen Stein mit allen anderen Kirchen gebaut so ist sie des Teufels Kirche ist sie aber zugleich mit allen anderen Kirchen auf diesen Stein gebaut kann sie nicht über andere Kirchen Herr oder Haupt sein denn Christus der Eckstein weiß nicht von zweierlei ungleichen Kirchen sondern allein von einer Kirchen wie auch der Kinder Glaube das ist der ganzen Christenheit Glaube sprich ich glaube eine heilige christliche Kirche geht es um ein Glaubens Bekenntnis ich glaube an eine heilige christliche Kirche das heißt eben nicht ich glaube an eine heilige römische Kirche da ist der ganz wichtige Unterschied den wir endlich mal bitte schön verstehen sollten eine christliche Kirche kann keine römische Kirche sein entweder glaube ich an eine christliche Kirche oder ich glaube an eine römische Kirche entweder glaube ich an die Kirche die gebaut ist auf dem Wort Gottes der Bibel Jesus Christus oder ich glaube an eine Kirche die gebaut ist auf menschliche Tradition und auf die römische Hierarchie und auf den Papst in Rom die römische Kirche entweder oder ich kann nicht zwei Herren dienen und ich oder ich glaube eine heilige christliche Kirche und spricht nicht ich glaube eine heilige römische Kirche denn die römische Kirche ist und soll ein Stück oder Glied der heiligen christlichen Kirchen nicht das Haupt welches allein Christo gebührt dem Eckstein sein wo nicht so ist sie nicht eine christliche sondern eine unchristliche und wider christliche Kirche das ist eine päpstliche Bubenschule so und jetzt nochmal ganz deutlich für diejenigen die sie immer noch nicht glauben wollen wo nicht sagt Luther hier ist sie nicht eine christliche sondern eine unchristliche und antichristliche Kirche weil das Wort wieder gegen auch anti heißt das Wort antichrist heißt nicht nur gegen christus also wieder christ und zwar wieder ohne e w i d i r gegen sondern es heißt auch an statt an stelle von antichrist heißt nicht nur gegen christ es heißt auch an stelle von und der papst mit seinem titel vicarius phili idee nennt sich selbst der stellvertreter christi auf erden also an stelle von christus antichrist begreift das bitte anti heißt nicht nur gegen es heißt auch anstelle statt stattdessen anstelle von wo nicht sagt luther hier so ist sie nicht eine christliche sondern eine unchristliche und wieder also antichristliche kirche das ist eine päpstliche Bubenschule hierauf lasst uns nun selbst den text matthäus 16 für nehmen und sehen wie stark er bei dem papst der so stolz und fest auch wieder seine juristen darauf pocht stehen will so spricht matthäus 16 und zwar lesen wir hier matthäus 16 vers 13 und folgende aus dem buch ich lese jetzt nicht aus der bibel ich lese aus dem buch auf seite 37 vor zitat jesus fragt seine jünger wer sagen die leute dass des menschen sohn sei sie sprachen etliche sagen du seist johannes der täufer die anderen du seist elias etliche du seist jeremias oder der propheten einer ende zitat dies gehe jetzt seinen weg und magst drüber lesen sangt hieronymus der solch fein auslegt wie fleisch und blut nichts gewisses von christo reden könne ob es gleich die große wundertat christisiert und hoch von ihm hält weiter fragt er nicht was die leute sondern was sie selbst seine jünger von ihm halten und spricht wer sagt ihr denn dass ich sei merke dass er sie allesamt in haufen fragt wer sagt ihr denn dass ich sei er spricht die ganze gruppe der apostel an er spricht dich nur petrus an er spricht die ganze gruppe der apostel an da sprach simon petrus du bist christus des lebendigen gottes sohn solch antwort tut petrus von aller apostel wegen denn wo ein haufe wird gefragt können sie nicht zugleich alle antworten sondern einer muss das wort von aller wegen führen wie man spricht zween mügen miteinander singen aber einander können sie nicht reden muss ich es noch mal wiederholen dass wir es gut verstehen diese wichtige bibelauslegung hier wie martin luther es erklärt wie es verstanden sein soll wenn euch das nicht durch den heiligen geist selber eingegeben wird und ihr so versteht dann versteht bitte das was luther hier 1545 niedergeschrieben hat solch antwort tut petrus von aller apostel wegen denn jesus christus hat nicht petrus angesprochen jesus christus hat alle apostel da angesprochen aber petrus gibt dann die antwort denn es wird ein haufen also eine menge wird gefragt aber nicht die ganze menge kann antworten sondern aus der menge ist einer der antwortet wie er das später hier eben auch nicht wie man das im sprichwort sagt zwei mögen miteinander singen aber miteinander können sie nicht reden tja so einfach ist das leute die bibel ist so einfach sie wird nur kompliziert gemacht nur die menschen die sie euch erklären weil die menschen sagen du bist viel zu dumm du kannst die bibel nicht verstehen du brauchst einen gelehrten der sie dir erklärt und dieser gelehrte muss jahrelang irgendwelche seminare besucht haben und schimpft sich dann priest oder pastor oder sonst was der kann euch die bibel erklären das ist der standpunkt der römisch katholischen kirche der synagoge satans aber die wahrheit ist so einfach so einfach dass man sich vor die stirne schlägt und sagt warum hab ich das denn nicht erkannt jesus christus fragt wer sagt ihr dass ich sei ihr die menge meiner versammelten apostel hier die zwölf merke hier sagt luther dass er sie allesamt in den haufen also in der menge fragt wer sagt ihr denn dass ich sei und simon petrus nimmt spricht als er ist das sprachrohr der zwölf apostel und er antwortet stellvertretend für alle apostel in diesem moment du bist christus des lebendigen gottes sohn solch eine antwort tut petrus von alle apostel wegen denn wo ein haufe wird gefragt können sie nicht zugleich alle antworten sondern einer muss das wort von aller wegen führen wie man spricht zween mögen miteinander singen aber miteinander können sie nicht reden daher daher sagen die väter recht augustinus cyprianus und christos domos dass sank peter sei gewesen der apostel mund und hab in ihrer aller namen geantwortet denn sie alle gefragt und zu antworten schuldig gewesen sind so das kann niemand widerlegen jesus christus fragt wer sagt ihr dass ich bin ihr die menge der apostel die zwölf die vor ihm stehen einer übernimmt die verantwortung und spricht für die gesamte menge der apostel und sagt du bist christus des lebendigen gottes sohn petrus antwortet anstelle von allen aposteln sie können ja nicht alle zwölf durcheinander brüllen du bist christus des lebendigen gottes sohn die waren nämlich damals noch erzogen man redet nicht durcheinander petrus war der sprach führer der apostel und er sprach du bist christus des lebendigen gottes sohn solche antwort tut petrus von aller apostel wegen also petrus antwortet anstelle aller apostel denn wo ein haufe wird gefragt wo eine menge gefragt wird können sie nicht zugleich alle antworten sondern einer muss das wort von aller wegen führen wie man spricht zween mögen miteinander singen aber miteinander können sie nicht reden daher sagen die väter recht also martin luther zitiert hier die kirchenväter augustinos zyprianus und chrysostomos dass sank peter sei gewesen der apostel mund dass der heilige petrus der mund der apostel gewesen sei er ist das sprachrohr für die zwölf und hab in ihrer aller namen geantwortet er antwortet anstatt aller apostel ein apostel antwortet im namen der zwölf denn sie alle gefragt und zu antworten schuldig gewesen weil jesus christus hat sie alle angesprochen er hat sie alle gefragt und alle sind ihm eine antwort schuldig gewesen aber petrus hat als sprachrohr der zwölf die antwort für die zwölf gesprochen das ist jetzt hoffe ich deutlich geworden der halben legt der papst hier einen bloßen und barbet auf einen faulen grund die weil sankt peter allein antwortet sei er ein herr über die anderen apostel und der papst über alle welt also weil petrus das sprachrohr der zwölf apostel auf die frage von jesus christus war und petrus für alle zwölf geantwortet hat sagt der papst das legt er so aus deswegen ist petrus herr über die anderen apostel und da haben wir ja wohl den abfall petrus ist nicht herr über die anderen apostel weil jesus christus hat gesagt ihr seid alle gleich ihr seid alle brüder und schwestern und jesus christus ist das haupt es gibt keinen chef apostel es hat nie einen chef apostel gegeben aber der papst interpretiert das hier rein denn er sagt weil sant peter allein antwortet deswegen ist sant peter herr über die anderen apostel und da er der papst der nachfolger von sant petrus ist sagt er wenn petrus der herr über die apostel ist dann bin ich der herr über die welt vola so einfach ist das ist dieses buch nicht fantastisch der halben legt der papst hier einen bloßen und baut auf einen faulen grund die weil sant peter allein geantwortet sei er ein herr über die anderen aposteln und der papst über alle welt denn da steht klar im text dass christus nicht sant peter fragte wer sagtest du dass ich sei sondern alle jünger und spricht wer sagt ihr dass ich sei und hat sant peter müssen für sie alle antworten und sein antwort zugleich aller antwort sein gleich wie auch im weltlichen und häuslichen regiment geschieht da ein knecht stadtschreiber oder syndikus das wort des rats und gemeine oder gesinns führt dadurch aber nicht der stadt herr ist und ein jurist oder kanzler des kaisers königes fürsten wort redet darum aber noch nicht selbst kaiser könig oder fürst ist wie der papst aus diesem antwort von saint petri will herr sein über die apostel und alle apostel kirchen faul ist das sage ich und der papst bestehet übel wo er nicht ein besseres aufbringet wie er nun tun wird wie folgt zitat und jesus sprach zu ihm selig bist du simon bariona fleisch das kommt aus matthäus 16 17 und fortfolgende fleisch und blut hat dir das nicht offenbart sondern mein vater im himmel und ich sage dir du bist petrus und auf diesen fels will ich meine kirchen brauchen und die pforten der hellen sollen sie nicht überwältigen und dir will ich die schlüssel des himmelreichs geben alles was du auf erden bindest soll auch im himmel gebunden sein und und alles was du löst auf erden soll auch im himmel los sein end z z wer nu hi augen hat der stecke sie nicht in beutel und wer ohren hat der schicke sie nicht überfällt dass er sehen und hören möge wie der papst hi zum herren über himmel und erden über kirchen und kaiser gesetzt wird welchen hohen artikel des glaubens doch die christenheit von anfang bis auf den papst nicht gewusst auch die zween juristen wie droben gesagt johannes teutonicus und panormitanus als verzweifelte ketzer verneinen und dem papst in diesem text nichts gestehen aber was ist gott christus kirche welt juristen gegen den papst was ist gott christus kirche welt juristen gegen den papst zitat simon bar johanna spricht der herr du bist selig ende zitat wohl dir o simon dass du solches weißt dass ich der messias und des lebendigen gottes sohn bin das hat dich dein vater johannes nicht gelernt denn so nennet er ihn johannes im letzten simon johannes hast du aus johannes 21 vers 17 mich lieb welches hi matthäus 16 hebräisch simon bar johanna sagt oder noch kürzer bar jona das heißt sohn jona oder sohn johanna ja ja solchen hohen verstand hast du von deinem vater nicht noch die anderen jünger samt dir von fleisch und blut von ihren vätern also biologischen irdischen vätern noch einige menschen sondern mein vater im himmel hat dirs offenbart oder wie wir heute sagen der heilige geist hat es dir offenbart denn in diesen wenigen Worten Petri die er samt den anderen Jüngern bekennet denn sie stehen alle für einen Mann in dieser Antwort Petri ist begriffen das ganz Evangelium ja die ganze heilige Schrift denn was will die Schrift von Anfang zum Ende aus anders denn dass Messias Gottes Sohn kommen sollt und durch sein Opfer als eins unschuldigen Lämpelien Gottes der die Welt Sünden tragen und wegnehmen und also vom ewigen Tod erlösen zur ewigen Seligkeit wie wir nachlesen können in 1. Petrus und ich muss das jetzt mal eben auftun weil ich bin eben genau in der Stimmung 1. Petrus 1 Vers 19 da lesen wir sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes der zwar zuvor versehen ist ehe der Welt Grund gelegt ward aber offenbare zu der letzten Zeiten um euret willen die ihr durch ihn gläubet an Gott der ihn auferwecket hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben auf das ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet 1. Petrus Kapitel 1 Verse 19 bis 21 Um des Messia und Gottes Sohns Willen ist die Heilige Schrift geschrieben und um seinen Willen alles geschehen was geschehen ist um des Messia und Gottes Sohns Willen ist die Heilige Schrift geschrieben dass wir den Messias und Gottes Sohn aus der Heiligen Schrift erkennen können darum ist sie geschrieben also lesen wir fast am Anfang der Schrift in Genesis 3 also erstes Buch Mose Kapitel 3 des Weibssamen soll dir den Kopf zutreten Erste Mose 3 15 finde ich immer ein sehr wichtiges das ist nämlich die erste Erwähnung von einem Messias habe ich schon immer gesagt und Luther bestätigt das hier auch das Weibssamen soll dir den Kopf zutreten und Heva Genesis 4 da sie von kein sagt ich habe den Mann den Jehova diese Worte lauten schier der Meinung 1. Mose 4 1 nach wie hier St. Petrus Wort denn sie will sagen da habe ich den Samen den rechten Mann den Messia den Jehova das ist Gott und Gottes Sohn ist er ist der tun soll was uns verheißen ist aber sie feilet an der Person sonst sind ihr Wort sehr ähnlich den Worten St. Petrus in diesem Ort siehe solch groß Ding ist in den Worten St. Petri das ist eine echte apostolische Rede also haben hernach alle Apostel nicht allein St. Peter in der ganzen Welt gepredigt und predigen sie bis an der Welt Ende denn wie gehört nicht St. Peter allein sondern die anderen durch seinen Mund solch Antwort geben dem Herrn auf seine Frage an sie getan und weiter spricht der Herr und ich sage dir du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Kirchen bauen Nun wir sind angekommen bei 57 Minuten und ich möchte das Video ja nicht länger als eine Stunde machen es war anstrengend aber es war so erfüllend die Dinge die ich so von Anfang an verstanden hatte glücklicherweise sind hier durch Luther alle nochmal in diesem Buch bestätigt worden und wir lesen nächstes Mal weiter in der Mitte auf Seite 39 in dem Buch wieder das Papsttum zu Rom vom Gott gestiftet von Martin Luther vom Teufel gestiftet natürlich von Martin Luther von 1575 Seite 39 lesen wir nächstes Mal weiter ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und ich hoffe ich hoffe ich bete dafür dass ihr es verstanden habt dass euch dasselbe Verständnis überkommt wie es mich überkommen ist wie es viele andere vorher überkommen ist und wie es viele andere noch später hoffentlich überkommen wird dass wir verstehen dass Petrus hier das Sprachrohr für alle zwölf Apostel war dass er im Namen aller Apostel geantwortet hat nicht für sich selber sondern im Namen aller also danke für zuhören und zuschauen und kommentieren und bis zum nächsten mal zu einer weiteren lesung dieses prachtvollen Buches von Martin Luther bis dahin möge Gott euch behüten beschützen und segnen auf all euren wegen Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape God is keeping track of every lie There is no escape Proverbs 19 5 I will tell the truth for God will punish every lie Proverbs 19 5 A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape A false witness shall not be unpunished and he that speak his lies shall not escape Proverbs 19 5 5 6 8 9 13 14 14 15